ja ola einmal im jahr hat ja jeder mensch geburtstag ne das weiß nicht nur das ist ja auch einmal im jahr hat jeder geburtstag immer wenn er 29 februar dann die tschuldigung war falsch also und dann singt man ja immer schönes lied happy birthday kennt ihr auch happy birthday ich singe aber happy birthday hochwert die tige am ende ist das wichtigste also wenn ihr mal irgendjemand kennt der geburtstag hat rückwärts singen oder der udo für euch